Willkommen zu einer neuen Folge Ja genau der Jan ist nämlich noch dabei und wir spielen Paracels Storm oder Sturm auf Paracels So ich bin natürlich auch doch ich bin mit dem Wien wie in einem fetten Squad Ja wir haben normales Eroberung spricht drei Punkte und werden uns jetzt hier mal durchkämpfen mit 32 Spielern Sound alles super und da sehen wir drauf Der Telefon ist gut ne? Ja Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Charlie übernommen Aber ich habe den Sound Bug noch Das brauchen wir bei mir Sofort Das hat anscheinend gerade erst angefangen Setz mich mal irgendwo zum Snipern ab Hinter uns ist gerade ein Vortrag Ja ich weiß Ja warte wir fallen jetzt hier so ganz niedlich ran Und dann geben wir die jetzt hier unsicher machen die Gegend ja? Ja Zuerst B, weil B ist einfacher einzunehmen Kannst du da irgendwie rauf snipen? Ich versuch dir Rückendeckung zu geben soviel es geht Ja warte ich suche mir ne Position ja ich weiß schon Ok Flankiere das Oben im Haus Oben im Haus Oben im Haus Ah Rechtes Häuschen Äh Mittleres Fenster Hab ihn angeprackt Hab ne Granate Nicht reingeworfen Daneben geworfen Ich geh jetzt rein Dann kannst du nochmal auf die Reine Er ist jetzt Er kommt runter die Treppe Aber andere Treppe Ne er sitzt da noch Er geht zu dir Er kommt zu dir Oh hier sind zwei Hier sind zwei Ich glaub ich hab beide Komm her ich nehm einen Komm her Ja warte ich muss mich erst ein bisschen regenerieren Oh das sieht schon nice aus mit den Fenstern hier Ich hab hier auch neben Ja warte Ich hab jetzt gleich schon komplett A eingenommen Boah ich komm hier nicht über den scheiß Kram Ja ok das wirst du nicht mehr schaffen Aber von Siehst du den auf der Map? Da kommt einer zu dir Einer kommt zu dir Über die Treppe? Ja Über die über die ich gekommen bin? Nein die andere der ist tot Glaube ich Warte ich komm hoch Hier in der Ecke steht Leben Ja mittlerweile hab ich mich schon wieder voll regeneriert Aber irgendwo scheint hier noch wer zu sein Ja gegenüber war grad einer der ist aber gestorben Jetzt nehmen wir eine Spawn weg Dann lass uns mal zur Arbeit gehen Ja Komm mit Hup Aua Aber wir flankieren so ein bisschen Ja Ich lauf mal ein Stück noch weiter außen Oh von links von links von links Ja Der läuft Richtung B jetzt Ja ja ich hab ihn in Sicht Er ist tot Kannst einfach bei mir wieder spawnen Mach ich natürlich mein lieber Ich bin in Sicherheit Safety first Safety first So Wimwi 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 D wird eingenommen D D ist eingenommen Ich geh mal zu D Das Gute ist auch das wir nicht so viele Spieler sind Das ist alles ein bisschen Übersichtlicher ist Und man auch taktischer vorgehen kann Das ist halt ein kleiner Nachteil finde ich Wenn man mit 64 auf dem Server spielt Ich hab jetzt so ne richtig dicke Wumme Ich hab jetzt so ne richtig dicke Wumme Pass auf dass du dich damit nicht wieder selbst tötest denn Puff Oh nein Ich hab jetzt schon wieder selbst in den Kopf geschossen Das wärs C und D sind eingenommen Aber hier vorne ist er Oh Der hat geschossen Oder war das hier einer Irgendwo hier war einer Den hab ich doch irgendwo wo 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 Den hab ich eben gerade gesehen Wo ist er? Irgendwo wurden wir beschossen Bist du auch bei mir? Loll Einer hat mich vom Flugzeugträger aus abgeschossen Tja wer es kann der kanns Jaja Wo willst du? D Ich bin jetzt gleich am einnehmen Also die nehmen gerade ein Ja ich nehm dann den Versorger Ja Okay sie haben eingenommen Das heißt sie werden hier uns gleich Versuchen wegzukommen Ja ich geb den Muni Danke Südlich von dir scheint feindlicher Helikopter zu sein So ich will mich hier jetzt noch nicht aufmerksam machen Scheiße Nehmen wir schon ein Nehmen wir schon ein Ach da bist du Auf CE Oder er zu DE Loll Ich werd beschossen Von wo? Von der Sniper Ja Weiß nicht Irgendwie das war so links Hast du Leben bekommen? Ne 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 Okay dann gehen wir trotzdem zu E Da kommen wir nicht hin Das ist dieser Flugzeugträger du weißt Da kommen wir von hier aus hin Ja aber Nicht schwimmen Da ist einer hier vorne Direkt vor mir Direkt vor mir Im Wasser Markieren Hab ich schon Der ist untergetaucht Ich hab ihn Also ok Weil von da aus kriegen wir vielleicht nen Dings da irgendwie Ne Mitfahrgelegenheit sagen wir's mal 2C ist grad Action Ja stimmt Dann ehren wir auch eingenommen Warte mal am Ende der Brücke auf mich Ich bin grad wieder aufm Weg zu dir Ja Ich werd schon wieder geschossen Ja Komm den Hügel runter Ich geb dir Leben Falls du den Leben vatern musst Ne 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 Auch schon mal weiter Battlefield 4 Battlefield 4 ist eigentlich auch ein gutes Spiel Aber es macht nicht mehr viel neu ne Battlefield 3 hat schon Hat eine extreme hohe Latte gelegt Die Battlefield 4 auch erfüllt aber nicht Nicht überträgt Hier scheint irgendwie was gewesen zu sein Wir haben Einsatz 10 Eko neutralisiert Badam badam bam bam Ja und gleich wieder warm Jan ich muss dich messern Bisschen frei Lass uns mal eh Da hinten steht n Ding ans n Jet Ski Dann können wir rüber zu E Oh ja Auf zu E Auf zu E Bei D ist grad auch noch Warte wir machen erst D Wieder so wie eben Ja Stell den mal hier ab Ja Warte 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 nein Du fährst einmal rum Und ich geh schon mal anfangen ein zu nehmen Ja Und dann kommst du gleich und nimmst mit ein Dann müsstest du ja auch die Punkte bekommen Hoffentlich sind da jetzt keine Ja Ich bin jetzt hier ganz Ich geh genauso sneaky vor wie eben Ja ich bin da Oben ist einer drin glaube ich Also ich hab gerade einmal kurz Schüsse Oh die schießen auf mich die schießen auf mich Vom Haus vom Haus Warte bleib in Deckung Ja ich Oh auf mich auch Oben auf dem Dach Oben auf dem Dach Der kommt von links von links Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Da sind 3,4 auf dem Dach Das war vielleicht keine gute Idee Jan Hätten wir an das Regen so Uh Heli Dann holen wir uns hier jetzt Da kann sogar schießen So warte D ne Wo sind D Mhm Da ist D Dann gibt's hier Schön Warte flieg erstmal ganz langsam drüber Weil ich kann C4 rauswerfen Und markier mir welche Flieg mal übers Haus Flieg mal übers Haus Vielleicht kann ich ja das Haus In die Luft jagen Bisschen tiefer Bisschen tiefer Na Ein Stück weiter rechts Da Komm ich doch nicht hin Ja warte warte ich fliege Jetzt Oh wir wurden abgeschossen Wir wurden ab Und der lebt noch Ja bist du am Leben? Ich bin am Leben Ich weiß auch nicht wieso Jetzt bin ich tot Oh Gott das war ja mal wieder awesome Warte schon Der steht so eiskalt auf den Komm rein in den Heli Ja ja ich bin grad am Aber du fliegst Ich flieg? Ja weil Sag wenn du spawnst Spawn in 3 2 1 jetzt Nein ich kann nicht spawnen Jetzt Ok F1 drücke ich in 3 2 1 jetzt Kann nicht reparieren Oh ja schaffen wir schon So werfen wir hier einfach was runter Oh ja doch Ok ich sehe hier keinen Siehst du einen? Oh ne Nein Versuchen wir mal einen zu nehmen Greif das Einsatzziel an Wir werden irgendwie abgesript Irgendwo von hinten Ja merk ich auch gerade Flieg einfach flieg einfach Ja Ich habe gerade ein bisschen Soundbugs Ja ich auch Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert Mh So gehen wir nochmal Bravo mit einnehmen kurz Oh Leute ich bin ausgestiegen Oh Leute ich bin ausgestiegen Ich bin auf Ege gekommen Scheiße Bist du auf dem Dach? Dann habe ich dich jetzt ab Ne ich bin tot Oh Komm nimm es rein Altersziel Bravo wurde erobert Das Bomber Milch lebt noch Ich werde ganz schön hart Jetzt bin ich tot Was war denn das? Der Jet hat auf uns Ne ein anderer Heli Ja Ha Fahrzeugzustand Hunde Aber ich habe das Dings da noch mit eingenommen Ist das nicht schön Jan? Nein Fick dich Lass uns bei Äh E Sport Ne lass in dem In dem Bei D in dem Ich habe jetzt den Heli Holst du mich ab? Mhm Ok da wo ich jetzt bin Da sind Gegner Versuche ich noch wegzubekommen Ja ich sehe jetzt hier bei C Bild Ich habe es verhauen Ich habe es verhauen Ich habe es nicht verhauen hier So Ich werde jetzt hier ins Haus rein gehen und werde es aufholen Hoffe ich Wo sind sie denn hier? Ne das Haus ist eingestürzt und davon bin ich gestorben! das ist immer böse dann werden wir in den nächsten Heli ok komm ah warte soll ich wieder fliegen? meinst du? 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 ja weißt du, ich kann vernünftig fliegen okay gehen wir zu A wo ist denn A? da hier ist es C wir dürfen vielleicht gerade nicht so viele sein wir müssen nur gleich zwischendurch mal landen damit ich mein C4 nach Schub holen kann ich kann das hier nicht mehr in Heli verstauen da nicht so stehen bleiben auf dem Turm glaube ich ja auf dem Turm flieg ich krieg Schaden hast ihn? nein er lebt noch bist du rechts oder links? und geh mal rechts jetzt ja hoch genug? nein nein und ein Stück weiter rechts ja guck mal an wir sind doch hier weg ich lebe schon wieder ich lebe schon wieder ich habe null Leben abgezogen bekommen na ok doch ein bisschen das bombe mir ich nehme mich ein ich habe uns ja in die Luft gejagt ach echt? das ist mir nicht aufgefallen ich habe nur irgendwann haben wir auf einmal gebrannt und dann waren wir tot also zumindest erheben oh du bist nicht alle Schnitte so uh hier ist ein Boot ja das ist das gute Boot sogar mhm anscheinend ist drittlich deiner Position ist scheinlicher Scharfschütze kannst das eh nicht fahren ich will nicht ich kann alles fahren dieser hast dich schon wieder halb umgebracht ich habe mich überhaupt nicht null Leben oh was? ne man war ich das echt? ja ah super ich bin links ich bin tot ja was hast du gemacht? weiß ich nicht im Kampf gefallen ich glaube das war ein Bug weil ich glaube ich bin vom keine Ahnung nein ich glaube du wurdest vom Admin gekickt ne oh ich bin im anderen Team glaube ich oder? haben wir alles außer A? ja du bist im anderen Team oh man ich bin im Gefecht gefallen was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? ja 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 Jan der Mann Jan der Mann zeig das ich bring mich um und alles ran ja wir können ja jetzt krass gegeneinander fighten Jan ja total krass hm so quasi eins gegen eins auf Paris and Storm hm hm Achtung einsatz für die Leiter wurde erobert hm 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 värde zu sterben ich bin alleine ye Wir haben zwei Heli eilis erne 2 Helis und dieses eklige Boot огр Aber egal, ich bin auf diesem Scheißboot, äh, Ding hier jetzt drauf. Alter. Bist du abgesprungen? Nö. Oh. Flieg den anderen Heli. Ach, du fliegst den? Wir haben Einsatzstil Charlie erobert. Einsatzstil Bravo ist verloren. Sieht aber schon krass geil aus, wenn das Wasser hier so runterläuft. Abgesehen davon, dass hier unendlich Wasser runterläuft. Aber es läuft hier Wasser runter. Müsste nicht gleich der Mega-Sturm losgehen. Was war das? Was hat mich hier rausgeschossen? Schlecht, Jan. Da geht gar nichts mehr. Jetzt habe ich den nächsten Heli. Wo bist du? D. Was? Ich nehme gerade D ein. Nein, tust du nicht. Doch. Ich habe D gleich. Halb eingenommen. Also halb. Halb neutral gemacht. Ähm. Ähm. Neu. Nein, jetzt bleib stehen. Ganz knapp vor neutral. Weg da, ich schieße. Wo bist du? Das weiß ich, dass du da bist. Soll ich mal auf dich schießen? Ja, ich bin mit dem Hedi da rum. Soll ich mal auf dich schießen? Aber da war ich nämlich bemerkbar. Ist nicht gut, weil er gerade einnimmt, wenn ich hier der Einzige bin. Ah, sie töten mich. Ich bin tot. Punisher 22234 hat mich getötet. Ich war im Gebäude drin, in den Trümmern. Und hab mich da hingelegt und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Okay, Jan. Dann lass uns mal bei... Du bist immer noch im Heli. Hm. Oh, du bist sogar immer noch da. Oh, das geht mit der Rakete nicht. Komm mal ein Stück runter. Ich muss ihn mit der... Lol, du bist voll gegen den geflogen. Und jetzt stürzt du ab. Du stürzt ab? Bin ich gegen den geflogen, sondern er gegen mich. Ich hab'n feindlichen Soldaten. Ja, und ich bin nochmal an den Ufer. Ich bin der, der auf dich schießt. Das Problem ist, ich hab'n MP. Mit Schall-Impfer. Ach, da auf meiner Ufer. Fick dich, fick dich. Nein, nicht da, nicht da. Ich bin der Rakete, die gerade neben der eingeschlagen ist. Ja, mir hat schon mehr an der... Was töten die? Ich wollte die töten. Nein. Ja, 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 du hast halt nichts drauf. Deckung, den Postdruck mach' ich kalt. So, Jan, ich will nur besser sein als du. Wie viele Punkte hast du? Ach, ich bin sogar momentan besser als du. Mach' ja auch gar nix. Ähm, lass uns ne heiße, äh, ne heiße Insel, ne Insel aussuchen und da fighten wir gegen andere. Ich hab' eine. Wo bist du denn gerade? Ähm, wenn du auf die Map guckst, laufe ich gerade zu der Insel, die ganz rechts auf der Map ist, wo nichts ist. Bin jetzt bei C. Bei C? Wo ist C? C ist da. Ah, okay. Bin ich mal auf dem Weg zu C. Laufen wir danach zu B. Aber da bin ich. Ach, shit, ey. Ist klein Jan 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 gestorben? Was, das war ja schrecklich. Guck mal, was? Ja, Jan 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 Jan. Ja. Weißt du, das ist voll öde. Jetzt bin ich dem Loser-Team gejoint. Wo willst du sterben? Bei B. Wo willst du sterben? Ich krieg nicht mal Punkte fürs Einnehmen, was ist das denn? Alter. Gunn wird durch die Felder nicht mehr. Wir haben gerade die Kontrolle, aber einfach die Felder übernommen. Ach, wo ist der Unterhabe! Wo bist du? Bei B. Bei B. Ich will jetzt gleich sterben, wenn ich dich finde. Bist du wieder mit dem Heli unterwegs, oder was? Es wurde ein feindliches Boot entdeckt. Aber du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wer ich bin. Aber du weißt, dass du sterben wirst. Boah, ho, ho. War das? Nein, das war nicht. Ich habe einen feindlichen Scharfschützen südlich von dir gesichtet. Ich habe ein feindliches Boot gesichtet. Oh, du bist das Boot, du bist das Boot, oder? Nein. Gut, weil das hat mich gerade getötet. Ich spawn wieder bei B. Keine Angst, okay? Hm. Hm. Ich wollte einfach nur soldat auswählen. Uh, was hab ich denn da? Mündungsblablabla. So, B, spawnen. Ach, schieß mich denn die ganze Zeit ab. So, ich bin bei B. Und der Jan ist auch bei B. Ja, klar. Wie kann das denn bitte sein? Ich habe ECM und alles an. Und ich werde trotzdem gehittet. Bin in meiner Base. Geil. Richtig, nein. Mach richtig Spaß. Jan, hast du Spaß, sagst du? Boah, Alter, sind da viele gewesen. Ich bin sogar fast positiv. Fast, da waren nur fast. Jan, ey, was geht denn bei dir? Okay, und wo bist du? Ey, ich kann mich nicht bewegen. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Wo bist du? Im Heli. Ich hab Lichtkontaktion und feindlich NMG schützen. Öffentlich von dir. Ja, der gerade bei uns am Spawn ist. Ja, da. Bei dem Boot in der Nähe. Mhm. Der, der das Damage bekommt. Ja. Der, der sich mal umdrehen sollte. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Raus hier. Warum springst du raus? Weil ich schon fast tot war. Irgendwas anderes von dir hat mich noch abgeschossen. Jet oder so. Oh Gott. Nein. Warum er? Warum er? Wie man hier einfach von allem anvisiert wird. Oh, das ist doof, wenn wir gegeneinander spielen. Aber was sein muss, muss sein, ne? So, Jan, komm mal zu der Insel, wo du mich getötet hast. Alter, was macht denn eine Rakete jetzt für'n scheiß Damage? Was ist denn das? Und vor allem, warum taumelt man dann so rum? Ey, und unsere Bootfahrer kriegen einfach nix mit. Ja, dann kommst du zu dieser Insel. Ich warte da auf jeden Fall. Nein, ich komm nicht zu dieser Insel. Ja, äh, habt nen feindlichen Panzerjäger in eurem Gebiet gesichtet. Over. Over and out. Bist du schon wieder im Heli? Oder bist du da rausgesprungen? Ja, ich bin rausgesprungen. Bist du in nem Boot? Hm. Ja, na klar! Jetzt geht's ab. Alter, die Wellen. Ich liebe die Wellen. Du kannst da durchschießen? Nee, du, nein, ich konnte nicht da durchschießen. Dein Kopf hat über diesem Ding durchgeragt. Ach, was ne Verarsche. Ach, was ne Verarsche. Du sollst das Boot-Battle machen. Jetzt, wo hier die Wellen sind. Hab'n Jet-Ski und ich surfe jetzt auf den Wellen. Hab'n Jet-Ski. Wollen wir das Ding da hinten mitfahren? Zu dem großen Boot fahren, das haben wir schon mal gemacht. Was? Da kannst du mitfahren. Also konntest du zumindest mal. Was denn? Den Flugzeugträger. Ja. Ich töte dich auch nicht. Komm' mal da mit hin. Lol, hier hat einer grad mit der RPG, ich glaub'n Fünffach-Kilo oder so gemacht. Lol. Weil du kannst nämlich mit dem Wellen hinten auf dem, mit dem Boot kommst du hinten auf diesen Flugträger rauf und dann kannst du mitfahren sozusagen. Ging zumindest, als ich's mir gekauft hab. Ich hab' seitdem nicht mehr ausprobiert und ich bin jetzt direkt rechts neben dem Flugzeugträger, also schieß bitte nicht auf mich, ich schieß auch nicht. Ich bin gleich da hoch, aber hier ist ein Team-Nate mit mir. Ja. Ja, wär's mal ab und versuch'n. Ist das hinten? Jetzt ist er ausgestiegen. Gut. Ja, weil die Wellen, da kommst du nämlich hinten rauf. Lol. Alter, die Welle hat mich mal vollkommen verschluckt. Oh, das mit dem Wellen finde ich echt geil eigentlich. Das war, das war ein kleiner Flash-Morrel bei mir, ich bin im Hintergrund. Ach da, du hast'n großes Boot. Ich hab'n Welski. So. Alter, die Welle hat mich auch vollkommen verschluckt. So, ich versuch' jetzt einfach da raufzukommen. Mit der nächsten Welle. Wow. Nein, das ist falsch. Nächste Welle, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. Fahr doch. Nein. Oh, jetzt packe ich da drin. Nein, ich krieg' Damage, irgendwann schieß' mich ab. Die Welle ist nicht da. Jetzt ist die Welle wieder. Äh, und wie mach' ich das jetzt? Du fährst mit der Welle hinten drauf. So. Dann bist du hinten drauf. Oh nein, jetzt kriegst du auch Damage? Ja. Dann geht das wohl, glaub' ich, nicht mehr. Ich bin tot. Wie das aussieht, du sitzt so drauf. Ah, 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 ah. Unsere Boote sitzen da jetzt noch. Egal, dann lass uns mal von dem Ding überfahren lassen. Das löst doch immer aus, oder? Kein Plan. Uh, oder wir spielen ein Rennen auf dem Welle. Ja. Wir treffen uns wieder da. Und dann machen wir ein Rennen? Ja, hinter mir jetzt grad' erst mal. Hat schon der Heli zerstört. Kann man das sagen, vom Flugzeugträger aus wer als erstes bei, äh, was ist denn weit weg? Äh, wo sind der Flugzeugträger? Da. Ja. Was als erstes bei, ds oder so? Äh, also den, der jetzt fährt, oder welchen meinst du? Was ja genau den, der jetzt fährt, davon will, und ich habe übrigens Typer hier hinten drauf. Ja, ich auch. Na gut, dann sollst du dein Tüte nicht meinen. Und wie das? Keine Ahnung, du tötest meinen, ich tötete dein. Und wie soll das gehen? Die schießen schon wieder auf einmal, mit meinem Reketwerk vernehmt. Und der repariert uns. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich auch. Ich bin rechts davon. Der soll mal aussteigen jetzt. Warte, ich weiß, wie wir das machen können, aber dann haben wir kein... Ne, das bringt mich zum Beispiel kein Jetski mehr. Schießt er auf euch? Also meiner schießt zumindest gerade. Ja, meiner auch. Ja, okay, ich versuche, dass er getötet wird. Ich dreh mich jetzt... Oh, er ist abgesprungen, er ist abgesprungen, meine. Und der schwimmt aber jetzt. Der schwimmt nach hinten. Ist deine auch ab? Ne. Nach wo guckt der? Ich komme jetzt von vorne und baller dann auf ihn. Ne, wir sind schon fast hinten. Oh, da ist der andere dann. Ich komme jetzt, ich bin jetzt bei dem Mast. Guck, ich sehe euch. Scheiße, 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 F2. Versuche ihn, das Schussfeld zu versperren. Oh, ich krieg ihn fast, ich krieg ihn fast, ich krieg ihn fast. Ah, Gott. Hat er den? Ich hab ihn. Gut. Das wird so passieren müssen, ey. So, der andere ist jetzt direkt mein Sichtfeld. Direkt vor mir. Schwimmt der auf der Dings. Da, direkt auf mir ist er. Versuch ihn abzuschießen. Geh auf Platz F2. Er ist direkt vor mir. Auf F2 kannst du schießen. Ey, ich kann ihn nicht abschießen! Aber du kannst vielleicht bei dem Ding hier spawnen, oder? Nein, er nimmt sich jetzt meinen Jetski. Ne, hat er. Doch, hat er. Nein, hat er nicht. Nein, doch, hat er. Okay, er ist weg. Aber jetzt ist er weg. Jetzt kannst du mit dem anderen herkommen. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, wir haben gleich verloren oder gewonnen. Wir gewinnen das sogar noch. Ich warte hier auf dich, Jan. Wir müssen ein geiles Wettrennen machen. Hey, ich bin da. Wo? Oh nein. Andere jetzt suche uns das stören mit dem... Alter! Alter! Wie soll ich... Die suche uns das stören. ja, suche und zerstör'n du suchst und zerstörst na egal, jetzt müssen wir jetzt hier ja noch gewinnen, deshalb muss ich jetzt hier mal reingehen und noch ein paar komm bitte töte dich, oh du schon wieder ey ich hasse dich luck 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 habe ich dich schon wieder getötet ja stell dir das mal vor bei c oder was ja böses jan nehmt wir in dem grad b ein oh ich alter ich fache ab jetzt mit dem jetski fahrern der kann nichts ich bin hier niemanden ich hab grad noch drei oder so weggerotzt immerhin tickets die bei euch drauf gehen oh das wird echt knapp am ende es wird noch ganz spannend hier da müssen wir jetzt aber noch mal was reißen damit das auch noch was wird das ist ein c nein nein wieso du weißt du jeder darf mich töten nur du nicht das ist ja wer ist daran gestorben wie schmeckt das wie schmeckt das wir haben ja punkte dazu die mutter meckert immer wenn ich schlechter bin als du werde ich mal verprügelt zu hause nein 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 wir dürfen das nicht verlieren janemann triumphiert abermals ja niemand 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 ja fein jan 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 ja ein panischer 22234 was das für ein name wenigstens habe ich mehr kills als du hoffe ich nein was wir haben gleich viel noch ich könnte theoretisch noch das schaffen von den punkten her ja komm jetzt hier mit dem punkten nochmal aufholen genial ich will besser sein als jan sonst schon lass mich mitfahren lass mich mitfahren lass mich mitfahren yes bitch nein nein wie kannst du denn jetzt auch 14 haben das geht doch nicht klar komm schon komm schon wie viele tickets noch wie viele tickets noch nein sehr gut zwei noch drei 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 okay doch nicht aber ganz am Ende war es noch knapp wo du keine Punkte mehr hattest Mann warum muss ich ihn verlieren dann würde ich mal sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann hast du aber spät jetzt zu nötigen bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.